Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu American McKees, Alice. Ich habe das längere nicht mehr gespielt und es kann auch sein, dass jetzt Video und auch Audio sich verändert haben. Audio könnte auch daran liegen, dass ich jetzt verschnupft bin, liegt aber überwiegend daran, dass ich jetzt ein anderes Mikro benutze. Und Video, ja, ich habe einfach ein bisschen an den Einstellungen herumgefruchtelt, um da ein bisschen was zu ändern. Und ja, seht es mir bitte nach, dass ich mich verschnupft und krank anhöre, aber ich hatte trotzdem Bock aufzunehmen. Und ich würde sagen, laden wir einfach mal. Und ich habe auch irgendwie gar keine Ahnung mehr, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin, also wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Naja, wir werden das alles sehen. Ich hoffe einfach mal, das läuft alles jetzt so, wie ich es eingestellt habe, ein bisschen besser als letztes Mal. Die Grafik, die dann erst einmal von Aufnehmen wurde es dann verschlechtert, von Rendern wurde es verschlechtert und dann noch von YouTube wurde es verschlechtert. Und danach kann da irgendwie nur noch Rotze raus irgendwie. Das wird sich bis Part 5 nicht ändern, aber ab hier Part 6 sollte es sich dann eigentlich geändert haben, wenn es alles so klappt, wie es soll. Wir springen da einfach mal drauf und fahren, das war so klar. Okay, dann weiß ich jetzt wieder, wo ich bin. Ich würde sagen, wir folgen erst einmal einfach nur den Weg, denn bis jetzt kann ich ja eh nichts anderes machen. Und ich hoffe einfach, dass hier nicht ein Jäger kommt oder so, denn ich wüsste nicht. Ich weiß gar nicht, was wir brauchen, so. Soll ich immer noch weiter? Schaut so aus. Okay, ja, ich habe echt keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich bleibe hier einfach mal draufstehen und warte, was passiert nur da aus unserer komische Kollege. Ich bin runtergefallen. War das jetzt schlimm? Oh, mein Kloß ist weg. Ich muss einfach die Lüge nicht töten. Ich bin hoch. Ich bin tot. Schön. Das war ja jetzt mal ein super Anfang. Okay, wir laden einfach direkt nochmal. Kein Problem. Und diesmal wähle ich dann direkt mein Teufelsmürfel aus. Ich denke mal, bleiben wir schön drauf. Das sollte dann besser funktionieren. Ja, jetzt warten wir wieder stundenlang. Was kann ich erzählen? Nichts. Es ist nichts Neues. Ich kann aufzulegen. So, weiter geht's. Ja, wir fahren. Ach, da ist unser Kollege schon schön. Die Fische beißen nicht mal. Das mag ich nicht. Wir lassen einfach mal den Teufels machen. Ich will ihn mal den zweiten zu verstärken. Ja, stirbst du? Dankeschön, Teufelchen. Danke, danke. Und dann speichern wir direkt auch mal. So, dann würde ich sagen, es geht weiter. Mit unserem Teufelschen noch an der Seite. Das finde ich schön. Hey, du Arschloch! Hä, wie komme ich jetzt weiter? Der Floß ist weg! Na, irgendwo. Kommt da jetzt auch nochmal ein anderes, oder? Habe ich jetzt verkackt. Für die Unendlichkeit. Ähm. Ähm. Okay, ich glaube nicht, dass das gut war. Gut, wir laden einfach den Speicherstammel mal neu. Das ist ja alles kein Problemchen. Dafür habe ich ihn hergemacht. Und diesmal warte ich, ob das ja Teufel ein bisschen weiter weg ist und ich weiß nicht, dass er mich wieder von meinem Latsch schmeißt. Au! So, geht's aber weiter, geht's. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Jetzt hänge ich hier ab, oder was? Hä? War da gerade ein Blatt? Scheiße, muss ich nicht so machen. Kommt da ein neues? Ja. So, weiter geht's. Oh Gott, was für Probleme ich beim Floßfahren habe hier, ey. Ist ja schlimm. Oh, super Hyperspeed, ey. Oh, jetzt. Das nehmen wir bitte. Nein, jetzt will ich ja leben. Ich glaube einfach mal, das war's jetzt. Weil ich glaube nicht, dass ich den ganzen Weg hier... Aua, lang schwimmen kann. Mein Gott, ich bin vierte Pfohl. Da ist das nächste. Und Heppala. Ey, ich glaube, ich schaffe das nicht. Nein, ich bin nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Du blöde Kuh, ey. Mein Gott. Oh, ey. Alter, ernsthaft. Ihr nervt. Jetzt neckt's auch noch, ey. Super krass. Und ich hab mal wieder nicht geguckt, wann ich angefangen hab aufzunehmen. Ey, das ist so eine... Überraschung für euch. Ja, mach weiter. Hör doch mal aufzunehmen. Du hast gerade doch nicht geleckt. Ja, fahr schneller. Ja, entschuldigung, Leute. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu jetzt großartig sagen soll. Wie langsamer geht auch mir die Lust daran. Oh, ich fahr ich ja genau gerade ab, wo mich einer trifft. Und es ist mir gerade echt relativ gut. So. Und weiter geht's. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum es so laggt. Ich verstehe es nur. Tut mir leid, Leute. Ich kann's jetzt immer, wenn ich gerede. In der Probeaufnahme hat alles wunderbar geklappt. Tut mir leid jetzt. Ja, ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Mein Gott. Die fällt ständig da von Blatt, was sowieso unlogisch ist. Welcher Baum ist denn bitte so groß, dass die Blätter stark genug sind? Und das werden wir dann auch mal machen. Und nicht wieder einfach gucken. Oh, wo kann ich denn jetzt so wieder mal sterben? Und ja, ich lenke dieses Blatt nicht, falls manche Leute jetzt lenken, ich lenke so beschissen rein. Natürlich nicht. Hallo, ne? Stehst du unten cool runter? So, hier speichere ich jetzt mal, falls ich wieder mal nur die Anne verfehlen sollte. Na, wisst ihr jetzt, warum ich gespeichert hab? Es ist so unglaublich, wie schlecht ich bin. Schon wieder? Ich muss nur noch prozentig an die Liane da kommen. Hä? Die springt da gar nicht ran. Oh, ich musste gar nicht an die Liane. Warum hängt die denn da? Was für eine Verharschung. Naja, egal. Wir haben es auf jeden Fall jetzt rüber geschafft. Ich glaube, der ist hier lang gelaufen. Und ich freue mich jetzt einfach mal. Äh, äh, wenn Alice auch mal aufhört, ihn zu spacken. Da ist er. Nimm mich mit. Ich brauche ein Grasstück. Hallo, kommt hier noch ein Blatt? Ah, einfach schön. Oh, das ist echt ein langweiliger Fahrt für euch. Es tut mir echt leid, dass jetzt diese Floß-Action hier so lange dauert. Es tut mir echt leid gerade. Aber ich kann es gerade leider nicht gerne aufhören. Ja, bin ich jetzt schon wieder tot. Jetzt bin ich im Versteck. Aha. Gut, gut. Ja, jetzt warten wir nur noch darauf, dass es lädt und ich trinke mal eben einen Schluck. Einen Moment. So, wieder da. Und geladen hat er immer noch nicht. Brauchst du? Oh, jetzt hat er geladen und wir sind nicht tot. Das ist doch mal ein tolles Zeichen. Aber ich hasse den. Nein. Dann nehme ich wieder mein Teufelsbüro. Zuerst du mir ehrlich gesagt zu dem nicht. Ja, jetzt hättest du gleich noch mein Teufelsbüro. Jetzt bin ich dann so nicht tot. Jawohl. Krass. Und der andere hat mein Teufel geknüpft. Das ist schön. Macho. Okay, auf jeden Fall können wir jetzt weiter und diesmal behalte ich diesen Stab hier erst besser als das Messer. Fragt sich nur, wo wir hier gerade hinlaufen? Oh. Stirb. Uff. Gut gemacht. Schnell auf. Au. Hey. Spostensohn, alter. Ah ja, wieder im Assail. So toll kann man sich hin. Na? Wo muss ich hin? Ich speitere mal eben ab. Oh, immer wenn ich speitere, liegt der dann auch. Ich verstehe nicht warum. Aber wo soll ich denn hin? Hey, das geht doch da unter. Aber egal. Ich bin jetzt einfach mal rein. Ich habe hier gespeichert. Mehr kann ich glaube ich hier nicht versuchen. Was? Alter, willst du mich verarschen? Hallo? Das ist jetzt irgendwie ein wenig fies, will ich mal meinen. Wo soll ich denn dann hin? Hier geht es ja auch nicht weiter. Hä? Ich verstehe es nicht. Das Blatt fliegt da so drauf, dass es direkt untergeht. Ich glaube, ich will irgendwas übersehen. Schaut aber eigentlich nicht so aus, als würde ich irgendwas übersehen. Ich verstehe es nicht. Ich hätte schön fristlich, wenn ich schwimme. Was soll ich denn dann machen? Hä? Also entweder bin ich gerade ganz dämlich oder ich weiß es nicht. Ich hole einfach mal einen tollen Blick. Ich habe hier ja gespeichert. Es qualmt. Ich check's nicht ernsthaft. Das ist eine Spackung. So. Okay, der tötet mich, sobald ich zu lange im Wasser bin. Es ist egal, wo ich im Wasser bin. Hauptsache, ich bin ganz im Wasser. Okay, das ist peinlich, jetzt wieder in der Abend. wo zum Teufel soll ich denn dann helfen? Schnell, 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 schnell. Ach, gut. Entschuldigung. Ähm, Alter, was ist denn jetzt los? Hallo! Wie komme ich hier hoch? Ach du Scheiße, bin ich schlecht. Ah, und hier ist auch das nächste Floß. Aber soll ich da jetzt ernsthaft? Au! Bastarde! Ernsthaft draufgehen? Ich meine, der frisst mich doch. Ach du Scheiße, ich speichere. Oh Mann, oh Mann. Und ich habe auch echt keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Deswegen mache ich hier jetzt mal einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Auswd6このエ lira, Untertitelung des ZDF, 2020